Wenn es einen Sog gibt, dann muss es irgendwo ein Ventil geben, was wir abdrehen können. Da müssen wir kreativ sein, müssen wir tatkräftig sein. Wir sollten uns solidarisch unterstützen bei all dem, was wir tun. Und wir sollten nie die Hoffnung aufgeben, dass was Besseres möglich ist, als dieser Sog erreichen will.